Ja hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation und Klaus betrachtet wieder seine Ernährung. Heute ist also der 14. Oktober 2019. Wir haben heute den 14. sagst du schon und das ist also meine Ernährung, die heute digital werden soll und das ist der Tag von gestern. Und gestern habe ich also viel gegessen, 2000 Kalorien und ich hatte ja Montag angefangen und jetzt muss ich mal den Tag sehen. Montagdienst, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Also das sind die Tage, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Tage und jetzt hätte ich gerne den Durchschnitt. Und den Durchschnitt davon, meinen Tub, den haben wir hier auch irgendwo. Ich sehe aber nicht. Entweder nicht muss ich dazu machen, da jetzt haben wir das hier im früheren Format wieder. und dann geht der wieder zurück. Ne, geht nicht los. Also entweder stelle ich den fest oder stelle ihn nicht fest. Ja, das ist also der Durchschnittraport für den Zeitraum der letzten 6 Tage, ne? 1,8 bis zum 14. Und zwar mit dem Tee, der heute mit dem 14, wir sind ja beim 14, mit dem 14 inklusive. Und dann habe ich also im Durchschnitt 1474 Kalorien konsumiert wenig. 1,8 bis zum 14. Und das ist mein Bedarf. 1,8 bis zum 14. Und dann habe ich also die Abgründung. 2,8 bis zum 14. Und dann habe ich die Abgründung. 2,8 bis zum 14. Und dann habe ich die Abgründung. Oder die, die ich hätte verbrändenen können, Kalorien burned. Die zu verbrändenen die Kalorien. Und wie viel habe ich tatsächlich verhedrht? Das sind die, die noch übel bleiben. Und ich habe, ja normal, Also durchschnittlich habe ich 1.074 konsumiert, konsumt und verbrannt habe ich an Kalorien 2.149. Und das heißt also, dass ich natürlich auch abgenommen habe, also verbrannt 2021 und das heißt also 499,3,5 1.5 Muschig abgenommen habe in dieser Wohnung bei 1.474 Kalorien. Ja, und wie sieht das jetzt aus bei der Energie? Ja, 86%, Proteine, 80%, Kaps, klar, Fett, 20%, Durchschnitt, ja gut, 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 gut. Jetzt möchte ich hier die Targets nehmen. Ja, Fett hat mir gerade 20%, dann machen wir den wieder zu. Und dann die Highlight Targets. Im Durchschnitt der letzten Tage habe ich also Omega 6,32% und Omega 3 Doba, sehr gut. Und gerade zumindest bei 45%. Und wir kriegen die Amis natürlich immer von 1000 Milligramm aus, das ist vielleicht auch ein bisschen viel. Das ist nach dem Motto, viel hilft viel. Und dann haben wir die komplette Nutrient Summary, haben wir die mal auf. Jetzt. Da haben wir sie also. Für die letzten 6 Tage Alkohol haben wir keinen Betauf. Also Vitamin B, also Vitamin B, habe ich insgesamt im Durchschnitt mehr, 156%, B3 knapp, B5, also da habe ich kein, aber hier, B6, da habe ich aber sehr viel, nein, was ist das, B12, B12, kann aber nicht sein, wo soll denn das ganze B12 herkommen? Also für die Vitamin B12 Kapsel, genau, da habe ich eine Wochenkapsel genommen, ähm, ich weiß gar nicht wann ich die genommen habe, aber, also für die Vitamin B12 Kapsel, genau, da habe ich eine Wochenkapsel genommen, ähm, ich weiß gar nicht wann ich die genommen habe, aber, ich habe Montag wieder geworden, hatte ich schon wieder vergessen, so geht das, ja, Vitamin D ist klar, zu wenig, E ist auch ein bisschen knapp und gar ausreichend. Dann bei den Mineralien, Calcium, 44% im Durchschnitt, alles andere fast dick im grünen Bereich überfüllt, Mangan, Magnesium, Eisen, Zink, ja, Sodium, dann haben wir Carbon, 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 Caps, dann bei den Fetten, haben wir bei den Naturierten, 4,3 Gramm, und, ähm, Transfette haben wir bei den Null, und, äh, immer gerne haben wir ein paar, ich komme mal von dem Leinsamen, der Name Proteine, in dieser Zip aus dem Protein, wo habe ich Mangel, Lysin, sagt man im Moment nichts, aber Tryptophan 110%, das ist wichtig für die Stimmung, und, äh, ja, okay, jetzt kommen wir wieder da hin, und, äh, jetzt kann ich also für heute mal eintragen, hier das Übliche Schirm, das nervt mich jetzt hier, das nervt mich jetzt hier, Queen Null, damit er reite ich, ja, der Gitter kann nicht weggehen, wieso habe ich den jetzt hier gepackt, das ist auf Dauer, wieso habe ich den jetzt hier gepackt, das ist hier, ich will hier nicht managen, ja, lass mich doch mal in Ruhe hier, mit deinem scheiß Schatz, ich finde das ja gut, dass der Dude hier, der Spaß hat dran, aber, ich hab zwar keinen Spaß dran, so, da sind wir also bei Burnt, und wir sind für heute, Fino haben wir schon mal, und, da machen wir mal hier, und weiter, und, welche Kabins, und, und dann, dann, äh, und, und, dann, haben wir den, ich sollte diese Rezepte unter dem Schlüssel abspeichern, dann brauche ich dann unter den Schlüssel einzugeben, dann habe ich das Motto und jetzt ähm, was steht doch hin dazu, dass es älter wäre. Passte, nicht passte, passte, da genau, 40 Gramm. Und ähm, in der Bortex-Pulver hat es ein Schaupulver. Powder. Dann nehmen wir den da. Dann nehmen wir hier einen, genau. Und dann 60. Okay. Das sind dann 60 und äh, und weiter. Äh, äh, 60, ja. Jetzt sind wir bei 417. Das kommt hin. Dann baue ich noch ab, warte. Dann mache ich das mehr. Dann mache ich das für den ganzen Tag. 3.000. Okay. Dann kommen hier die Bälle. Da hat sich an. Dann kommt der Otz. auch 30 Gramm. Dann kommt der. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 5. 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 7. 6. 7. 1. 9. 11. dazu. Und dann ist auch wieder 100 Gramm. Und dann ein Apple. Ein Apple, der gibt es Dr. W. Ja, Apple. Was gehen bitte? Warum soll man gehen? Da sind auch 100 Gramm. Da sind alle. Jetzt haben wir alles für heute. Was haben wir? 9,46? Ja, das kommt hin. Was esse ich jetzt heute Abend noch? Ja, heute könnte ich noch Reis essen, sagen wir mal. Reis. Brown. Da, den Long Green. Da haben wir wieder 130 Gramm. Und was machen wir dazu? Da haben noch mal Krabbage. Das ist nice, da. Und jetzt kommt der Video hier. Jetzt ist der Video weg hier. Der nervte wieder. So, jetzt haben wir ja. Und äh. Wenn ich mal wüsste, was er will da. Also 130 Gramm. Dann haben wir Krabbage. Krabbage. Und dann ist der Video. Ja, was heißt Moriba? Auf Englisch. Keine Ahnung. Moriba. Wenn man was da. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Wir machen. Merlin. Merlin? Merlin? Karrats? Ja, genau. Karrats. Karrats? Down mit dem? Ich habe das schon so auf die Möhren angegeben, das müsste ich eigentlich Karotzen geben. Da haben wir die Karotzen in die Ruhe. Und wie viel sind das also? Zwei Stück, die schneide ich hier klein, wenn die gedämpft sind mit dem Kappage. Das ist auch so, das klingt ja schwer. 200. Ok, das macht dann wie viel? 1560 Kalorien. Ja, das unterreichen für heute, das reicht. Ok Leute, bis morgen und tschüss.